Moin moin! So, da sind wir jetzt wieder mit unserem... Äh... Nix Flammenwerfer mehr. Ich muss gerade gucken, wie wir jetzt hier überhaupt... Nochmal weiter... Eigentlich hab ich gestern erst aufgenommen und ich hab's jetzt irgendwie schon wieder alles vergessen hier. Und da sind wir gerade gekommen. So, da war der Dingens und hier ist Durchgang, oder wie? Ne Frau, die mir nix tut. Aus welchem Grund auch immer. Die kennen wir ja schon, ähm... Was haben wir hier? Notfallüberbrückung. Shit. Ähm... Lagerung direkt vor ihnen, okay? Leise... Ah... Ja... Ja... Stellen sie den Zugang zum Vertrieb wieder her. Das sollte dann ja jetzt nicht so weit weg sein. Und da kann ich mich wieder verstecken. Was ist mir gerade hier... Ah, und hier kam doch dann... Ah, da hinten ist wieder so ein Android. Ah... Ne, 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 ne... Ah... Ah... Verdammte... Verdammte Hacke. Mist. Okay. Nochmal! Weit so schön, wa? Ähm... Da haben wir ja die Dame. Suchen Sie das Bedienterminal, das Sie für den synthetischen Werter da gelassen haben. Ah, ich bin dabei. Ich bin dabei. Schau direkt vor Ihnen. Und tun Sie es leise. Ah... Ah... Ähm... Ich muss irgendwie... Konnte man ja die Kamera ausschalten? Ah... Sexton versucht seit Jahren die gesamte Ausstattung zusammen mit Sebastopol zu verkaufen. Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay, genug Rede jetzt, Waits. Ich bin mal gerade so... Kommt das automatisch jetzt immer hier runter oder erst, wenn man... Wenn man sozusagen erwischt wurde? Hm. Wir werden es wohl nie erfahren. Okay, da ist das Feld, das gerade bedrohlich näher kommt. Alter! Junge, wie willst du denn hier irgendwie was sehen können? Wollte ich doch gerade sagen. Hm. Okay, komm, komm, komm. Okay. So weit, so gut. Gut. Ah! Ich dachte schon, ich hätte hier... Ja, jetzt ist die Frage... Ah... Ah! Haha! Okay. Ah, okay. So geht das. Ist halt etwas laut. Okay. Okay. Äh, Fehler. Mit Bedauern teilt Ihnen Siegsen mit, dass Gemini Exoplanet Solutions keine weiteren Finanzierung erhalten wird. Siegsen trägt keine Verantwortung für die laufenden Verträge von Gemini Personal. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten über die Stilllegung der Anlage und was dies für Sie bedeutet. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle persönlich für die mit uns verbrachte Zeit danken. Ähm... Stromversorgung. Einige von Ihnen haben nach einer Unterhaltung mit dem Manager Fragen hinsichtlich blablabla. Sollte Strom... Äh... Ah! 8897. 8897. 8897. 8897. Ich vergesse es. Okay. 8897. Oh nein. Wir müssen steigen. Wir müssen was machen. Mal gehen genau. Ich weiß jetzt gerade nicht, ist es in Schächten? Shit! Ah, komm! Ah! Ich muss mal noch kurz was trinken. Ich hab gerade übelsten Brand. Gerade überlegen, wie wir das jetzt am besten hier machen, ey. Also. Würdest du mich töten? Nein, wir sitzen einfach nur komisch da rum. Tun Sie es leise. Ja, das macht keinen Unterschied. Das Mist viel kommt ja trotzdem. Und dann hab ich auf einmal Munition von dem Teil, ey. Das verstehe ich gerade nicht. Ach, toll. Okay. Ich muss mir jetzt hier mal angucken. Vielleicht können wir hier auch durch eine andere Tür. Ich weiß ja nicht. Muss man jetzt halt gucken. Es scheint jetzt noch nicht runter zu kommen. Erst wenn wir irgendwie durch eine Tür gegangen sind. So sieht's zumindest mal aus. Dann vielleicht auch einfach da hinten durch. Zum Androiden gleich direkt. Der wird mich aber wahrscheinlich direkt attackieren. So. Duop, 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 duop. So. 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 Wir sind drin. Ok. Da ist einer in den Analyselabor. Der andere ist im Dekontaminierungsraum. Ok. Würde ich mal sagen, wir gehen jetzt... Ist das so gut, dass ich jetzt hier hingehe? Komm, 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 komm. Wir sind Freunde, du und ich. Wie geht das Ihnen? Noch gut. Da kann man nichts mitnehmen. Woher sind wir denn jetzt eigentlich hier? Ok. Ah. Frame ein Brüchehof 10 gerade gehabt. Warum habe ich in letzter Zeit immer wieder... Ah, wunderbar. Ah, huch. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Ich will den Flammenwerfer wieder haben. Lustig, dass Mensch auf einmal überall hinter diese Flammenwerfer findet. Speicherstation. Ok. Huh. Wunderbar. Distribution. Ich hau mich mal gerade hier etwas um. Wir haben ja im Moment relativ... ...unsere Ruhe. Okay. Also da hoch. Gute, kein Alien. Ist das hier so dunkel, ey, das ist ja Wahnsinn da hinten. Ist das hier so dunkel, ey, das ist ja Wahnsinn da hinten. Hat ja alles keinen Zweck. Auf geht's. Komm, komm, komm. Wunderhaft. Äh. 2, 7, 4, 3. Wie soll ich mir das alles merken? 8, 8. 9, 7 bei der Sandra. 2, 7, 4, 3. 2, 7, 4, 3. 2, 7, 4, 3. 2, 7, 4, 3. 2, 7, 4, 3. 2, 7, 4, 3. 2, 7, 4, 3. Okay, komm, komm, komm. Bitte lass da was Gutes drin sein. Okay. Was? Was? Nein. Ach, da müssen wir ja nicht hin. Scheiß die Wand an. Ich hab kein Dingens mehr. Ja. Ich hab kein Dingens mehr. Ach, nee. Ich hätte in das Ding rein können. Okay, aber, okay. Wir sind schon mal richtig. Immerhin. Geh weg. Komm, hau ab. Was ist jetzt mit der Musik los? Ja, beweg dich doch! Geh rein! Geh rein! Ah! Oh! Boah! Alter! Ach, Gott im Himmel. Wie, 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 wie? Wie kommt man da jetzt wieder raus hier? Da unten ist die Treppe und dann hier speichern. Okay. 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 Wo bin ich? Ach, ich bin jetzt wieder hier. Okay. Okay. Alles wird gut. Okay. Oh! Nein, was zum Geier! Wo war das Speicherding? Das war irgendwo... Wo ich schon gar nicht mehr weiß, wo es war. Wo ich schon gar nicht mehr weiß, wo es war. Geh weg! Komm schon! Geh doch weg, verdammt! Geh weg, verdammt! Nein! Da hinten war doch dieses Speicherteil. Gesundheit. Ja, heut noch. Wo war denn jetzt das Speicherteil? Das war doch hier irgendwo, oder? Ey, das kann doch jetzt nicht... Die wollen mich doch verarschen. Ist es doch. Puh. Geschafft. Okay, ähm... Ich weiß es nicht. Sehen wir dann beim nächsten Part. Macht's gut. Tschüss! Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.